monitechnisch machst du kaputt oder was? nee die ganzen waffen und visiere die ich nicht brauche ja wie gesagt ich behalte ja auch bloß die blauen im moment oder halt wenn ich lila ne finde dann halt die lila ne aber auch nur von jeder waffe ein exemplar ne also ich behalte jetzt nicht drei blaue oder so sondern wirklich nur eine und das wars dann 25 kronoten hab ich ich weiß ja nicht wieviel ap die jetzt bekommen wenn die wenn wenn man zu zweit spielt oder so ob die dann die doppelte ap haben oder die oder nur 150 prozent anstatt 200 prozent ich kann ja mal welche mitnehmen und außerdem brauchen wir dann auch noch diese komischen man kann die wohl ziemlich gut damit ablenken wie ich gesehen habe weil ja auch schon mal nicht so schlecht ist ne aber ich kann nicht aber ich kann nicht aber ich kann nicht aber ich kann nichts nicht mitnehmen ey echt zu viel zurück ey naja feuerwerkskörper die haftgranaten also die haftdinge das kostet zwei das kostet zwei das kostet zwei das kostet zwei das kostet mir so viel ach die money ist so schwer holy shit 300 schuss für sechs 386 schuss für sechs kilo ja ok dann gucken wir müssen was weg mal nimm mal 250 mit muss auch rechnen das sind auch sechs kilo sind auch kilo oder wahrscheinlich sind es Pfund aber wer nimmt das schon so genau du hast nie hingeschmissen nicht so ja ich kann halt nichts herstellen ne ich hab übelst sachen also mit übelst sachen meine ich hier 600 sprengstoff 900 stahl also ich könnte ordentlich munition und sowas herstellen ne ich hab aber nix ich hab nur halt diese hohspitz munition die acp und das erste hilfeset zehn stück hier steht sogar da ne aber ich hab nix gesagt ich hab nix gesagt zwei zwirn vier textilien und viermal plastik ja was hättest davon wenn wir erstmal diese schrottflinten munition hast du schon markiert oder was hab ich schon markiert ja muss eigentlich meine okay nochmal gucken gehen wegpunkt entfernen meine frisse ja da haben wir dann hier was haben wir denn hier ist ein lager da ist ein bunkel hier ist ja von salträumen können wir uns broten das steht hier unten aus dem posten naja kirchen ne ist glaub ich schon näher dran ne ja man muss halt echt gucken dass man überall wo graue punkte sind dass man da hingeht und guckt wie gesagt wir sind an ein paar grauen stellen schon vorbeigelaufen wo halt was liegt ne da liegt halt was aber man läuft halt dran vorbei weil man denkt ja ist unwichtig ja interessiert ja auch wird ja wohl leider nicht markiert so von wegen wir waren da schon mal ja das ist natürlich was anderes ich hab nichts gehört ach mein mikro war aus gut ach ich hab sta auf 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 ja bei den anderen sachen waren wir noch nicht gewesen also die vier anderen rezepte die wir da in diesem zweiten gebiet wo wir gerade die ganze zeit drinnen sind ich nenne das jetzt einfach mal zweites gebiet was ist das eigentlich südküstenregion da sind noch vier rezepte aber in diesen vier orten waren wir bisher noch nicht also ich weiß nur dass wir da nicht waren ich weiß aber nicht mehr wo genau die sind jetzt ich weiß nur dass wir da noch nicht waren an den vier plätzen wo die rezepte sind bunker immer noch eine waffe 0 von 1 also wahrscheinlich was eine grüne oder blaue waffe also die beste drop chance sollen wir auch ihre wahlen haben und je höher der level vom rivalen ist desto besser ist der gut der gute tosten war ja vorher schon mehr oder weniger aber ja mehr oder weniger gestern schon ausgefunden ja die normalen gegner haben halt alle normalen mut außer die rivalen die haben special loot stärker um es aber auch erst ab level 3 ab level 3 ich bin schon wieder getroffen bruder das kotzt mich ja schon wieder ein bisschen an ne kann man ja alle wieder looten ja schon fackeln jetzt mitnehmen wir versuchen halt mal so wie münchen versuchen wir mal eigentlich auf pro zu machen ja münchen wie hört sich das an hat wir ja nichts gehört jede menge 9 mm munition weil hier ist noch eine leiche noch mehr 9 mm munition ich übernehme keine haftung für anwendungsfehler doch du übernimmst die volle verantwortung dann hast du dann war dein tutorial video nicht gut genug dann musst du das nochmal überarbeiten aber ich werde mal das schnell auf die taste legen oder sowas notsignalfackel können wir die denn raufpacken welches macht die sie aber nur gegen große oder was benutzt man die also ich nehme mal an so hunter benutzt man die gar nicht das ist dann eher so ab doch ab hunter benutzt man die dann eher und runner also die hunde die euren runner da benutzt man das wahrscheinlich eher weniger bis gar nicht also manche rezepte werden auch nicht angezeigt ne also so du weißt ja ihr sowas wie hier jetzt ne dass er so eine umrandung hat und sowas manche rezepte werden nicht angezeigt weißt du das auch und das hier verdünnung grad äh blair witch ist das kennst du nicht die klebt mich aus lol alter wie hier grad die tür von alleine aufgegangen ist wie geil aber hier ist das rezept geil oh neun millimeter vollmante munition äh ist hier nicht die schluchten munition ich hab hier zwölf gauch bekommen du hast zwölf gauch bekommen ich hab hier neun millimeter bekommen ok das ist jeder was anderes dann kriegt jeder was anderes what ok dann können wir ja wieder zurück also hier in dieser ersten region gibt es nur drei rezepte die haben wir das ist einmal erste hilfe und diese ähm andere munition diese standard waffe da ne und dann hier unten halt wo wir gerade stehen ist das nächste rezept ansonsten ist in dieser region hier unten nichts mehr in dieser scherigen garten region gibt es nur drei rezepte und die haben wir jetzt alle drei ja und diese anderen region hier wie heißt die in der südküsten region gibt es glaube ich fünf rezepte aber jetzt nur munition und und so weiter ne also jetzt wegen klamotten habe ich gar nicht geguckt sind ja auch nicht so wichtig gut also gehen wir wieder rüber zur festung torberger die frage ist wollen wir denn nach westen weiter oder äh hier die landküste lang nach osten also nach links weiter oder nach rechts nach links und wie gesagt ja am besten ist wenn wir sowieso alles durchsuchen ja müssen wir genau gucken naja jeder fleck ist wichtig du hast ein grauer fleck auf der karte hin da könnte was sein sag mal ich habe hier zwar eine magnus aber irgendwie habe ich das gefühl dass ich die wahrscheinlich eh nicht benutzen werde ich glaube ich lager die allen das meint dass diese munition hier noch level 1 ja ja genau die ist grau ok sozusagen level 1 munition ja ich weiß nicht ob das stimmt oder nicht stimmt ok ok gewicht von 30 habe ich naja mal gucken ja hat ja teilweise schon gewicht von 20 gehabt ey also was schreibt münnchen wenn es so viele sind kann man die so weglocken ah dass du die irgendwo hinschmeißt und dann rennen die dahin ne das könnte man natürlich auch machen ja also du würdest jetzt da sagen na dann gucken wir erstmal gleich da unten ne beim ersten fleck ja aber laufen wir auch wieder oder willst du fahren lass mal ein bisschen fahren soweit wir aber kommen erstmal also dann also ja und dann dann er ist schweigt gekommen bin mal gespannt ob irgendwann eine mod rauskommt wo das limit aufgehoben wird weil wie mietchen schon gesagt hat das ist eigentlich total dämlich in einem mutter eine mutter ja sowas wie begrenzungen zu machen also der charakter ist ja okay sag ich jetzt mal kann man machen natürlich aber das lager sollte auf jeden fall frei sein obwohl ich beim charakter eigentlich auch schon ne normalerweise hast du dein ganzes zeug immer mit immer ohne rücksicht auf verluste hast du immer mit äh da hat man kann auch schon wot the fuu kommt er ran und wieder bin weg bin schon gar tot ey ja ist dieser laser von dem ich gesprochen habe das ist ein reaper ich sehe den aber nicht ne siehst du den? ja ich sehe den nicht alter ich gucke gleich mal ne fackel raus muss man aber auch äh kämpfen wenn die abgewandt sind was ist denn hier dieses kleine vieh alter reg mich mal nicht auf jetzt hier so geh weg geh weg geh weg diese kleinen viecher ey oh du fuck geh weg geh weg diese kleinen egeldinger ey aber hält wirklich nicht lange wa so diese fackeln halten echt nicht lange so diese 2-3 sekunden die kann man sich ja eigentlich auch sparen ey aber sind gut abgelenkt ne? ja 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 vielleicht bist du zu nah herangegangen das hat der nicht mehr wirkt sogar ich weiß nicht das kann ein münchen bestimmt dazu kann sie bestimmt irgendwas sagen aber hier sind leichen naja ab und zu hast du hier schon mal leichen rumliegen he aber sind halt viel zu wenig irgendwie ok dafür dass das erst vor ein paar tagen hier passiert sein soll aber hier schon aussieht als wenn ihr die maschinen schon seit jahren äh irgendwas machen ja also laut der story ist es ja so dass wir irgendwie ein wochenende weg waren und dann an diesem wochenende ist das alles passiert gelesen nur und es macht aber nur sinn oder vor allem die ganzen sachen die hier schon alle stehen und alles war auf jeden fall schnell ja also entweder war der alles schon hier kann ja auch sein ne dass das alles menschen gemacht ist und dann wie so art skynet halt ein computervirus den die kontrolle übernommen hat über die maschine und dann einfach gesagt hat komm hier greift die menschen an und dann müde ist das hätte man gut vorstellen das ist so wie skynet ist hier kommen wir hier runter ja aber hier kommen wir runter man müsste echt mal im steam forum schreiben oder sogar oder bei denen mal irgendwie im forum schreiben von wegen gibt uns die option dass wir sind dieses weit limit wegzumachen oder sowas beim survival spiel kann ich mir das vorstellen aber hier aber es ist ja kein survival deswegen ja du musst nicht essen du musst nicht trinken du bist ein root shooter du musst halt alles weg kloppen hast du irgendwelche rivalen bosse champions whatever ich meine die gegner werden ja auch immer stärker alles wir haben nicht mal einen rucksack halt darauf skil ich gerade auf dem rucksack meinst du der wird denn auch angezeigt bei dir nein 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 glaube ich nicht dass der angezeigt wird wäre natürlich cool aber glaube ich nicht Minchen und Nessaly könnten das vielleicht bestätigen ich weiß ja nicht wie weit Minchen da schon mit dem dem charakter ist und oh hier ist was liegernis hier liegt um rot mir gegenständ aufgehoben kann man wieder nicht nehmen oder doch doch habe ich gekriegt du siehst keinen rucksack auch nicht mit dem geskillten skill von wegen hier mehr traglast oder vielleicht hast du nur geskillt dass du die taschen besser packen tust also wie bei red dead oder so du kannst jetzt die taschen besser packen daher passt jetzt zu 20 prozent mehr an dein inventar manchmal muss man aber auch gucken dass hier nicht irgendwelche leichen rumliegen ne also sachen können auch an leichen rumliegen und so waffen oder rezepte können auch an leichen rumliegen von wegen dass sie so in der hand haben oder einfach nur daneben liegen wie so ein akten ordner weißt du hm also liegt nicht alles irgendwie auf tischen oder so kommst du da überhaupt hin ne ja den feuer häuser tun ja ja guck mal da rüber ist die frage nur da hinten ne und wieder keine aussage mehr meine gitter der typ eh die hat ne lunge wie ein dreijähriger ja meine schritte entscheidet schon mal erwähnt voll ja das ist gut so wen gibt aber ich höre meine wirst du meine auch hörst du denn meine ich höre deine ja dann zeig ich meine habe ich deine höre kann ich dir ja sagen ob du cheat ist ja ich höre deine ich höre deine ich höre sie ich höre sie mein du 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 waffenkiste graue magnus wie beleidigend müller und jacke werdet schrott mein gut adrenalin spritzer im lager trommel habe ich auch noch richten genau das junge krisse da habe ich ja mehr glück er will wissen schon der video hat schrott ja man weiß halt nicht wie das hier funktioniert ob das frisch ausgelootet wird in dem moment wo man ruf drückt oder ob das die ganze zeit schon ausgelootet ist sobald man sich eingeloggt hat oder sobald man sozusagen die karte erstellt hat gibt es ja zum beispiel auch relativ viele spiele die an den mut schon kompletten der mit der karte schon auswürfen finger wieder schwer geworden jetzt hast du es aber auch endlich nur ganz leicht drauf drücken in ihrem finger selber nur zu schwer weg wir müssen zur badewanne drückt und sagt das kann nicht wahr sein jeder hat jeder da draußen hat hat genau gesehen was passiert ist du hast mich hingedrückt das kann jeder bezeugen da draußen das haben wir auch mag er sein aber bei mir wird aber anders aus ich habe so ein video warte wo wollen wir denn jetzt noch nicht hier oben oder doch hier waren wir schon ich muss sagen es gibt bestimmt auch richtig cooles zeug also hier von wegen den naja diese 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 bachs das schon kleidung mit bachs drauf oder so mit diesen schadensreduktionen oder es gibt ja auch kleidung dass du weniger gesehen wirst halt wie so bei wie bei so einem schocken bessere verstohlenheit oder dass sie dich weniger hören also deine schritte weniger hören und so was das habe ich glaube ich ein prozent beräuschlos ja aber stell dir mal vor du hast das halt auf jedem equipment wenn ich jetzt schuhe rose handschuhe hemd mütze so ein baby wieso es wird schön und gewonnen aber jetzt bauen warum küsse gott nervt sich so rezept bahnjacke habe ich nein so hast du ein rezept gekriegt ja für in der kiste oder liegt das so rum liegt hier auf dem tisch ah ok magazin ja wir haben ein rezept mädchen aber die kleidung ist hier glaube ich egal war die wird sie nicht haben wird die hier gar nicht angezeigt eine frisierte autobatterie die bei einem treffer einen elektromagnetischen puls auslösst ja ist mir zu schwer ist ja schön und gut dass man hier super viel zeug kriegt womit man halt die maschinen bekämpfen kann aber was bringt mir das wenn ich nur zehn stück davon tragen kann du musst eine kiste wenn du was einlagern musst ich komme da gleich zu dir ich wollte hier noch die seite fertig machen jetzt gehören die die Vielen Dank. Ah, hier liegt es. Da ist es. Minus 5000 und 4500. Da unten in der Ecke. Eine Tarnjacke. So wie du. Wunderwerfenkiste. Mit Schrott. Also hier gibt es eine Kiste, aber nichts zum kaputt machen. Hier. Wird schon noch nicht gefunden. Manche sind eigentlich immer so in der Nuhe. Ne, muss nicht unbedingt sein. Also wir hatten auch schon welche gehabt. Da war halt wirklich nur die Kiste. Als Unterschlupf sozusagen, dass man hier wieder schnell herreisen kann. Und wir haben hier auch einen Unterschlupf bekommen, aber das heißt nicht, dass hier auch eine Recyclingstation und sowas sein muss. Also wir haben jetzt hier einen Unterschlupf bekommen. Schnellreisepunkt. Aber sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwelche Stationen sind. Du hast hier eine Migräne. Alles klar, Männchen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und gute Besserung. Große. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir was. Oh Mann ey. Da oben ist bestimmt ein Rezept. Wo? Rot. Tch. Jaja. Schaffen wir aber nur die wenigsten. Schreitdämpfer für Gewehre. Blau. Schreitdämpfer für Gewehre. Ich nehme die erstmal mit. Ich nehme die erstmal mit. Ja. Ist ein Lobbeschuss. Ist noch ein Stückchen. Ist mir hier ein CK eingesperrt. Ja. Insofern. Ja. Ja. kann mich nicht mal du nix looten alter beide seiten und dicht meine waffe eigentlich durch hier war ich hole eine granate dann teleportiere ich doch gleich um die ecke die zwei meter naja man kann den jungs voran muten hier drin in diesem container sind drei kisten eine blaue eine grüne und noch eine grüne und man kommt nur an die blaue ran ich habe von der anderen seite auch noch reingeguckt weil ich gedacht habe okay dann komme ich halt von der anderen seite rein wenn ich an die kisten nicht rankomme und dann habe ich dann noch die andere kiste gesehen das war noch eine liegt an der man auch nicht rankommt eben drin ich habe alle wieder raus ist die frage wie kommst du da jetzt wieder raus ja ich dachte ohne porten geht nicht rein ja aber nicht raus ja kommen wir nicht raus ich bin reingekommen aber kommt dann nicht mehr raus waffenkiste stufe 5 stufe 1 und das vielleicht auch wir erkennen können welche stufe diese waffenkiste hat falls sie überhaupt andere stufen haben was ist denn was mit dir jetzt sah aus du hast mich mit gewalt in die ecke gedrängt du hast mich mit gewalt in die ecke gedrängt ey stand doch hier am bett kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein hat diese blocken ja auf ein bisschen hier ist auch wieder nichts los na keine gegner nichts Das ist München auch schon aufgefallen, dass in den Städten irgendwie gar nichts los ist, so gegnertechnisch. Soll man das hier wirklich nur entweder draußen rumlungern oder halt in diesem kleinen Kabufs, aber in großen Städten nichts, kein einziger Gegner. So wie jetzt auch wieder, kein einziger Gegner. Das ist München auch schon aufgefallen. Nee, du brauchst echt keine Angst haben, dass hier was passiert. Die Frage ist nur, liegt hier irgendwo weit rum oder nicht? Gibt es hier irgendwas cooles zum Muten oder nicht? Das ist die Frage. Oder gibt es hier nur Schrott? Weißt du, ist hier Muni, ne? Ja, aber wie gesagt, was bringt dir die ganze Muni, wenn du im Endeffekt eh nicht alles mitnehmen kannst? Durch der begrenztes Inventar halt, ne? So ein bisschen semi-geil. Muss ich allerdings so sagen. Ich hoffe, dass da vielleicht irgendwann mal eine Mod-Raus kommt oder sowas. Wo das irgendwann weggemacht wird. Dann kannst du so viel tragen, wie du willst. Das wäre doch geil. Ja. 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 Weil da kannst du wirklich alles mitnehmen, was du willst, weißt du. Man muss hier nicht irgendwie Gedanken machen. Waffenkiste. Hm, Stufe 1. Kannst alles mitnehmen. Wie gesagt, brauchst du kein Cop machen. Einfach looten, 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 looten. Was man sowieso die ganze Zeit gerne macht, hier bei dem. Jetzt nicht unbedingt nur bei dem Spiel, aber auch generell, ne? Man looten halt gerne. Man nimmt halt gerne Sachen mit, wenn man es kann. 90% lootest du hier. 10% kämpfst du so nebenbei. Naja, ein bisschen Erkundung, ein bisschen Kämpfen, vier looten. Ja, was? Richtung innen. Richtung innen. Ein großer, oder was? Eigentlich sagen. Kann auch ein Rund sein. Ja, wir müssen halt wieder... Du müsstest halt wieder so ein paar... paar Orte haben, sowas wie wir schon mal hatten, ne? Also, wo du dann einfach irgendwo hinkommst und dann ist da so ein kaputtes Schloss oder sowas. Davor die Gegner, dann ist da so das Schloss, besiegst die Gegner. War ja auch cool gewesen, also. Mal was anderes, ne? Außer jetzt hier nur diese scheiß Häuser looten. Da gehst du zum Haus, alles ist leise, machst aber Klo auf, und dir erst mal so ein Rund entgegen. Du, zum Beispiel. Und der droht, oder? Haus. Was steht und wer droht. Achso, dass du vorher eigentlich auch schon siehst, ne? Dass da einer ist, oder so, weil meistens siehst du das Feuer immer schon. Ob da irgendwas rumlungert, oder nicht. Vielleicht siehst du das Feuer, oder du hörst das Feuer. Genau. Alter, ist gut. Ey, du warst doch gerade erst draußen. Ich war schon vor dir drin, ne? Das sind Probleme. Hä? Ja. Ich hab die Tür aufgemacht. Bei mir war sie ja zu. Du standest hier die ganze Zeit. Und dann bin ich rein, hab gelootet, und immer standst du hinter mir. Das ist voll irritierend, ey. Achso, weil du immer das nicht so siehst, wie das tatsächlich ist. Ja, du läufst manchmal so, als wenn der Server liegt, oder so. Ah, okay. Das erklärt das natürlich, ja. Warte ja schon mittlerweile ein bisschen. Ja, ist mir auch schon gefallen. Bis du manchmal schon so ein bisschen wartest. Ich weiß ja nicht, woran es liegt, oder was ich machen kann, damit es halt wieder so ist, dass du, dass es halt stimmt. Vielleicht kann ich ja auch irgendwas drücken, von wegen, dass ich springen muss, oder so. Das liegt am Spiel selber. Ja, das ist vielleicht sowas wie bei Fasmo. Diese, äh, wie mit dem Foto machen. Solltest du auf jeden Fall noch mal die Tür aufmachen. Vielleicht bringen sie dir was, wenn ich springe, keine Ahnung. Nee, das springt nicht. Hänge ich immer noch, oder was? Jetzt machst du grad die Tür auf, jetzt gehst du raus. Jetzt gehst du raus? Nee, du bist drinnen. Hä, na warte nun. Du hast die Tür aufgemacht, bist reingerannt. Jetzt stehst du zwischen den Betten. Ja. Da auf dem Bett, gehst du wieder raus. Aber auch nur, weil ich jetzt springe, oder was? Es ist nur ab und zu mal so. Äh, bin mal so aufgefallen. Ist nicht immer so, aber... So. Hm. Bei mir ist das aber nicht, ne? Naja, wie gesagt, du kommst einfach mal irgendwo rin und dann drückst du mich immer in irgendeine Ecke. Genau, du bist bei mir auch. Du drückst mich zum Beispiel an der Badewanne, die vor der Badewanne, du drückst mich da rein, sodass ich mich ja nicht mehr bewegen kann. Ja, genau so ist es bei mir auch, ja. Du kommst um die Ecke, drückst mich da rin und dann mecke ich rum mit dir, weil du mich da blockierst. Genau wie in irgendeiner Ecke, du drückst. Du willst da unbedingt in die Ecke rein. Ne, ich will da nicht rein. Du gehst da rein und drückst mich rein, ja. Hier schon? Ne, in dem Haus war man noch nicht. Weil hier alles offen ist. Ne, sollte eigentlich nicht sein. Waffenkiste draußen. Oh, ein blauer Baseballschläger. In der drinnen Seite eigentlich noch nichts gelootet sein. Wir waren da eigentlich noch nicht. Ich hätte eigentlich noch nichts gefunden. Hier ist ein Radio, was ich mitnehmen kann. Hier ist noch guckzack. Noch ein Radio. Hier ist noch ein Radio. Das war's, oder was? Ein Rucksack. Ja. Den ich bisher noch nicht mal gefunden hab. Oben. Ah, da. Oben in dem Zimmer irgendwo. Ja, hab ihn. Ja, dann war unten noch eine Waffenkiste, glaub ich, ne. Und zwei Radios. Außen. Außen hast du gesagt, was? Ja, 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 genau. In dieser Scheune, was wird sein sollen. Baracke. Irgendwas. Da sollte eine Waffenkiste rumnischen. Ja, da sind wir eigentlich schon fast durch hier mit der, mit der Town hier. Baseballschläger. Eckdrein, H-Boll. Kann das sein, dass die das extra so gemacht haben, dass die Maschinen eher so auf dem freien Feld kommen, weil die dadurch die KI weniger Probleme hat als wie in der Stadt, wo ganz viele Wände sind und dann ballern die halt gegen die Wände anstatt gegen die Menschen sozusagen. Ja, als wenn sie hier Probleme kriegen, wenn sie hier im Haus sind. Genau. Deswegen hast du wahrscheinlich so wenig Häuserkampf und so. Wir hatten ja schon mal Häuserkampf und das war auch ja nicht so schlecht. Problem ist nur, dass sie dann halt irgendwann anfangen im Haus zu spawnen. Obwohl alles... Es war hinter dir. Naja, natürlich hinter dir. Außerhalb des Sichtfeldes, natürlich. Nichts Licht. Bauer nicht rückbar. Natürlich mein Glas nicht bei. So zu Hause gelassen sozusagen, ja? Müsst du mit haben, aber nicht ausgerüstet. Ah, so. Okay. Da sind nur noch ein paar Gebäude, ne? Die hier unten am Wasser und das war's dann, glaub ich. Falls man hier am Wasser überhaupt rein kann in die Gebäude. Ja. Wann wir hier schon? Ja, ne? Ja, ja. Da auch schon. Das sieht auch geplündert aus. Ja, die Häuser hier, aber hier sind alle zu. Ja, die sind alle zu. Wenn wir hier zu sind, dann war's halt hier. Dann sind wir hier durch. Aber nix hier von... Hier ist noch ein Liegestuhl, aber ich glaube hier ist nix, ja? Das war ein Buch, aber kann man nix machen. Ist nix. Das war's. Ja. Gelootet. Selbst hier ist nix. Gar nix. Nicht mal Dreck. Alles zaubern, ja? Alles komplett steril. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, auf ein Dach zu gehen, sollte man da auch mal gucken. Am Anfang der Tankstelle haben wir ja auch eine Leiche entdeckt. Relativ am Anfang. Ich vergesse noch. Ja. Ja, das stimmt. Dass ab und zu mal auf dem Dach irgendwas ist. Gut. Gehen wir weiter, wa? Richtung 1. Da waren wir überall schon. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir hier auf der Straße zum Beispiel so einzelne Autos und so. Das wir die dann auch mal kontrollieren. Da könnte vielleicht auch was drin sein. Meine Pille fern. Ich glaube, die habe ich auch zwar den kaputt gemacht. Bitte. Die Müller-Pack-T. Ging nach vor uns? Wenn man das gleich wieder mitkriegt, ey. Ist das jetzt eigentlich hier Early Access oder nicht? Ich glaube, ich habe gar nicht mitgekriegt. Oder ist das jetzt schon komplett raus? Das Spiel. Ist das jetzt schon komplett raus? Das war glaube ich ein Jahr lang im Early Access. Early? Also gut, ein Jahr mindestens. geht los. Ging nach vorne. noch mehr? um den hochkommt ein flummischer was gehört ja aber gesehen nein kommt da ein bisschen großer ich glaube das war es erstmal checken wir erst die ruine ab weil die ist hier gerade so alleine das vergesse ich nachher vielleicht noch aber hier ist nix sparen können wir alle gespawnt ist er aufgestiegen dass der gespawnt der ist gespawnt guck mal eben wo der ist nach dem arsch der will der will eins ist er 6 steht hier und die war in stadt level 6 drei waren statistik bestätigte wir sind level 6 also die region ist level 6 also die sharegarten region ist level 4 wir sind gerade in level 6 und da die region die wir ein bisschen ausgelassen haben wir dann doch am anfang relativ schwer war die sogar level 13 die am anfang ja ein bisschen geskippt war uns ja auch sie hat uns ja auch ordentlich in den arsch getreten die region was steht hier die dings ok so was ist denn hier sonst noch so irgendwas der straße hat das auto schon gecheckt die berliner mauer ist gefallen das ist eine deutsche zeitung hat sich nicht ändert sind wir noch schweden du kannst du dich oder was ich hab's nur vorgelegt da stand da wird das bei denen nicht übersetzt und wenn du das anguckst wird das übersetzt ingwer kalt und ach da erzählst du auch ja da musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr ran ja brandaktuell eisernah vorhang fällt unruhe in der u d ssr so wo wollen wir hin leuchtturm oder unten zum fetten wasser ding leuchtturm erst mal und dann können wir ja da runter ok die noch von uns wau wau mit uns noch ein hund ok liegt schon ein bisschen besser war das hat ihn gar nicht interessiert diese leuchten fucke also ich fand schon am anfang nicht so am anfang ist er erst zu uns gelaufen aber wo er denn dahin gelaufen war an diesem besonderen punkt hat er sich denn zur leuchtfackel umgedreht also er musste erst mal zu seinem punkt laufen und danach hat er sich drum gekümmert was ich da hingeschmissen hab also so sah das zumindest bei mir aus halt da nicht zu nah ran sonst wendet der sich ab schlüssel ein schlüssel ja vielleicht liegt ja irgendwo rum müssen genauer angucken oder man kriegt den vielleicht erst bei einer nebenquest das kann natürlich auch sein nichts drinnen kann man da eigentlich was reinpacken 50 wäre platz drinnen ja ich das mache aber es bauen wahrscheinlich dann sowieso wieder neu also ist nicht so eine kiste die man hat immer wieder benutzen können aber genau die sachen rein die ich brauche ja nicht was schlüssel gefunden schlafzimmer schlüsse habe ich gekriegt der lag hier auf dem ding drauf habe ich auch schlüssel selber sieht man nicht man sie nur eine hand gesehen ja gut der schlüssel war natürlich auch sehr klein ja im gegensatz zum icon gut ich habe alles eine knarre liegt ja eine magnus blau eine magnus blau ist das ja kann man auf jeden fall kaputt machen unter mir kapiert und zeichen die daheim zeichen habe ich hier ist unter uns ne wo siehst du denn du das ja und da muss runter gucken ich habe da nichts kann es sein dass du vielleicht die designer kiste vergessen hast die hier auf dem schrank steht das war der leuchtturm ok dann auf zum hafen da unten ne da ist ja noch ein gebäude vielleicht kann man da rein gehen ich denke zwar nicht aber ich glaube nicht dass man hochklettern können aber ich glaube nicht dass da oben irgendwas geiles ist einer neuen unter schlопfi einen neuen unter Kanton unterwegs ist sogar davon ohne blaue kiste bei diesen fenster ausdruck dingen muss mal drauf achten ich pack mal meine spritzen hier rein ich will versuchen dass ich hier unterspringen kann werde ich sterbe ob du mich aufholen kannst aber dann wäre deine spritzen einpacken soll ich meine auch erstmal wegpacken kann ich machen erstmal deine auch meine naja habe ich weggepackt ich habe mal weggepackt kann es gerne runter springen aber die waffenkiste vielleicht adrenalin spritze benötigt steht hier aber mir stande gestern wieder beliebt vielleicht weil du eine hattest dann würde er ja da stehen nur klammern einer adrenalin hier steht aber adrenalin spritze benötigt also ist nicht umsonst weil ich gestern back irgendwo ist eine blaue kiste wo sind jetzt was soll man denn an der reinkommen eschenlampe hier durch die wand leuchtet ich leuchte halt gerne durch die wand oh hier ist auch noch was ach guck mal eine an was hier rum nicht es ist ja gar nicht gleich mal gucken ja war das hier munition herstellen ne war ja woanders ne ich hab warte mal wir gehen nicht mehr dafür ich will mal kurz an die bank munition rausholen siehst du wirst dich aus aber ja ich werde ich schon seit einer halben stunde was trinken hallo schönen guten abend alles klar bei dir hast du noch ein bisschen hoko weiter gespielt wie ist es gelaufen so das kann weg die kann weg die kann weg so muni brauche ich 12 gauch 12g wo haben wir sie also kall 12 heißt sie kall 12 habe ich keine mehr doch du sollst ey jetzt wird jetzt wird mir wieder 400 schuss angezeigt aber wird das spiel mich verarschen gerade eben wurde mir angezeigt ich habe keine mehr und jetzt sagt er mir ich habe noch über 400 schuss bei auf immer ja what the fuck das ging aber schnell wie kommt es dass es so schnell um dich geschehen ist 1 bis 4, 4 bis 8. Laufverweiterung, Ruhepunkt, Ziel, Objekt, was ist das? Schalldämpfer? Der kann hoch weg. Schalldämpfer, viel Gewehre, wie viel habe ich denn eigentlich davon noch? Zu viel. Davon kriegt man auch echt viel, viel zu viel. Das einzige was halt fehlt, sonst schalldämpfer für Sturmgewehre, ne, die kriegt man halt wirklich relativ selten. So, jetzt habe ich auch wieder Muni bei, das ist ja komisch. Der hat der mir echt angezeigt, ich habe ja auf die Waffe gewechselt, ne, der hat mir wirklich nur die 5 vorne angezeigt, die halt in der Waffe drinne waren. Und die kleine Zahl hat er mir gar nichts angezeigt. Dann war ich an der Kiste dran, bumm, 500 Schuss, ey. Mischung bis bald. Ja, und bald war doch auf jeden Fall, ja. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus Nostalgie und Tier der Ringe. Also, war es das jetzt erstmal mit Hocko oder was? Werden wir das Spiel nie wieder sehen. Hocko bleibt, cool. Wird ja auch noch weitergearbeitet, ne. Da lohnt sich das ja noch, ein bisschen zu verfolgen. Und wenn du dann irgendwann auch noch den Bauplan kriegst für 4x4x4, dann geht's ab, alter. Alter Schwede. Nein, nein, nein. Leider hat sich geklappt. Jetzt könnte ich mich ja schon fast wieder töten lassen. Egal, komm. Ich weiß nicht, wo du hin willst, aber wir wollten eigentlich erstmal hier runter. Eine Waffe, ein Sammelgegenstand. Das ist ja keine Gegner, aber die zapfen hier nur ab. Oder? Nein. Nein. Drei Rucksäcke. Mit mir los. Digitaluhr. Feuerwerksklapper. Nehmen wir mit. Was machen die hier? Was zapfen die hier an? Wollen sie sich irgendwie Lava von unten, oder was? Was? Machen die da raus Strom, oder wie? Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Verdammt. Das nimmt man dann wohl Pech. Wenn ich mach'n Clip, dann kannst du es dir immer wieder angucken. Übrigens mein Experiment habe ich auch erstmal beendet. Das heißt, man kann auch wieder Kapper benutzen. Nur für den Fall, dass du es mal wieder nutzen möchtest. Und, war er da um? Was? Ne Kisse. Kofferraum. wie kommt es habe ich doch gesagt das experiment ist beendet wie kommt es dann fertig verstehst du nicht finito waffe wo du sind und da so gleich die kassette daneben weißt du was fehlt dass man dann so dass da nicht nur steht waffe sondern auch waffe rezepte sammeln ich brauche mehr details gibt es nicht was das ziel vom spiel grad also die prämisse ist mit man das prämisse ne also die grundstory ist wir waren eine woche irgendwie im urlaub kommen wieder und alles ist zerstört und vom maschinen überrannt na was heißt zerstört aber alles sind tot es lebt keiner mehr was auch nicht richtig ist aber also wir denken alles ist kaputt alles ist zerstört und die maschinen haben hier die welt überrannt zumindest diesem diese in sich unten irgendwie so ein teil von schweden oder sowas keine ahnung ja und dann finde deinen platz in der welt sozusagen ja du kriegst halt schon missionen von wegen untersucht den bunker untersuche das mache dies mache jenes aber man kriegt auch dann missionen und mehr story man kriegt halt so auch radio funk dinge und so polizeinachrichten also ist schon eigentlich alles irgendwo dabei ne du hast militärfunk den du abhören kannst mithören kannst was passiert ist und sowas alles also da ist schon eine menge story drinnen wie das alles so passiert ist und dann gibt es halt so wissenschaftler die nicht die einen sagen das sind aliens die anderen sagen sind keine aliens und ne und wir sind halt mittendrin und wir wissen gar nichts weil es ist hier nichts es ist nicht mal also alles ist tot selbst das militär ist tot wir haben hier schon ein paar bunker und militäranlagen durchwühlt und waffen gefunden gute waffen gefunden also hier die haben wir hier den blauen raketenwerfer zum beispiel den haben wir in so einem militärlager gefunden hier diese niederne schrotflinte haben wir in so militärlager gefunden und so hat alles es gibt schon echt wir haben schon gut was quick gelootet muss man eine base bauen es gibt auch die möglichkeit eine base zu bauen ja aber das ist eher so end content wenn du so willst base bauen ist end content ja und dann kannst du dich hier auch kann sich komplett einkleiden so wie du willst also hat hier kopf irgendwelche sachen von haare über klamotten kannst du halt auch sehr viel selber finden also das sind alles sachen die ich gefunden habe und dann gibt es halt auch sachen die man nur herstellen kann was gibt es gar nie hin ja komm ich mach den rot weiß dann siehst du mich besser sehen ob du sowas auch hast aber es gibt sehr viel klamotten ja also wirklich sehr viele klamotten kannst du da übelst viel selbst schminke und sowas gibt es hier wenn du jetzt eine frau spielst oder so eine eyeliner und so ein scheiß und welche ketten ihr habt jetzt so eine kleine ach guck mal hier eine rundemake gibt es auch schal goldkette silberkette nö goldkette handgelenke schuhe alles dabei dann gibt es noch sehr viele emotes die wir aber irgendwie nicht benutzen und dann gibt es hier skill baum mäßig was ne ich bin jetzt level 13 hab jetzt hier so ein bisschen wie skill ich skill jetzt als nächstes auf tragekapazität weil mir das auf den sack geht dass ich kaum was tragen kann ja hier hast du deine mission welchen wollen wir jetzt eigentlich machen zwischen missionmäßig wollen wir mal hier nicht allein weitermachen oder praxistest oder sowas ja können wir gehen und machen welche sind von den beiden praxistest oder ja machen wir praxistest oder? warte mal welche region ist das nicht? ackerlandregion und himpfelregion was ist denn hier ackerlandregion? ach du scheiße und himpfelregion was ist das denn? himpfelregion himpfelregion nicht dass wir da wieder an den an den sachen vorbeifahren und dann uns wieder wundern dass wir da loot verpasst haben oder so ne? praxistest ja welche mission wollen wir machen jetzt? nebenmission oder hauptmission? ja ich guck jetzt mal kurz mission wir müssen noch übelst viele bunker absuchen sehe ich hier gerade feldzug na bunker so welche waren das hier? das kommandobunkernetzwerk haben erst zwei bunker durchsucht ja aber ich glaube die bunker sind auf der ganzen karte verteilt also das ist so eine mission die die du eh nach und nach freischaltest talentbaum wie geil ja alles kannst du hier machen hier inventarmäßig ne? sehr viel money das einzige was halt ein bisschen scheiße ist halt dieses gewicht kack management das ist also man könnte fast schon sagen das ist sowas wie ein loot shooter ne? so halb halb also du findest sehr viel loot auch unterwegs und in irgendwelchen häusern beziehungsweise in irgendwelchen äh militäranlagen und so findest du auch gute super geile waffen und sowas aber du kriegst auch guten loot von den gegnern wenn du halt gute gegner 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 patrouille kommt noch mehr schmeiß mal da was hin weiter wird noch aber scheiß patrouille ja jo alles klar bis gleich machen wir mal praxist weiter ich glaub da haben wir jetzt nur noch eine mission die wir machen praxistest praxistest ja machen wir mal aber wie gesagt ich würde gerne trotzdem auch die anderen dinger hier noch abfahren ne also wo ist denn der praxistest eigentlich auch da hinten ja hier unten ganz unten links machen wir noch nicht da ist noch eine stadt da oben ist noch was wo ganz unten links also ich kann ja mal kurz also da bei der 1 da waren wir noch nicht dann waren wie die beiden sachen waren wir schon hier drüben waren wir noch gar nicht bei den sachen da waren wir noch nicht ansonsten waren wir eigentlich hier auf dieser südlichen sache schon sehr weit bei dem hier bin ich mir nicht sicher ob wir da schon waren ja ansonsten haben wir diesen hafen hier auch noch nicht geguckt und alles was da drüber ist hier rechts über den hafen haben wir auch noch nicht geguckt und dann sind wir eigentlich schon fast durch hier mit dem gebiet fangen wir hier oben an fangen wir hier oben an dann arbeiten wir uns unter ja da würde ich jetzt ja ja ich würde jetzt da zur 1 fahren da alles looten und dann wieder zum unterschlupfestung torsberger teleportieren und von da aus dann mit dem fahrrad vielleicht nochmal irgendwo hin also hier nach oben dann nach Norden dann weiter wir müssen jetzt nicht alles ablaufen nur die grauen stellen durchsuchen ach alter wirklich ja das hat kein mountainbike ne kannst du hier keine 20 gänge einschalten man könnte sich zum beispiel ein bisschen hinstellen dadurch wird man ja auch schnell ja mehr mehr druck haben ne so in die pedale mehr kraft zwischen möglich hier so dann wollen wir mal gucken und das ist zu und nicht rein das ist zu ja hier ist nichts mini house mini house ist nix würde ich jetzt einfach mal behaupten ja und gucken wir mal im haus ne computer da anders gehen wir gleich nach oben dann laufen wir uns nicht immer ständig überm weg wenn du dann nach oben gehst kann ich ja dann nach unten gehen also wenn du dann nach oben gehst kann ich ja dann nach unten gehen also da ist ja echt gar nichts die tote hosen oder was ein radio aber ja also oben ist nix pro senior ist ja ist ja offiziell leer und das nix ne außer du witz und radio küche küche aber hast du nicht drin so viel zum thema offiziell leer o mm hat er nicht hier ist es ist es war überall drin mh mh mhm der erste raum ist es ball war ja deswegen ja da war vorher eine wand dann waren wir jetzt da unten aber da unten am wasser ist mal was okay guck mal jetzt herunter ohne zu sterben runter mit dem fahrrad los let's go schön die klippe runterspringen dann sich schon mal eine kiste und rucksack draußen war nix war ich bin jetzt nicht da also bis jetzt sehe ich hier nichts mehr gut dann bote ich mich zur festung von da aus gehen wir jetzt nach norden und gucken da die ein paar stellen ab würde ich sagen nochmal leermachen vogeltunst munition was soll ich denn damit ich finde die große flinten laufen die ist zwar gut aber die ist mir noch ein bisschen zu teuer wir nehmen die posten munition die munition nicht oder was so wollen wir jetzt will ich noch mal kurz gucken hier an diesem konnte man die sachen bauen hier sag mal vorhin wurde mir doch was ganz anderes angezeigt oder weil hier steht nämlich jetzt drin bei der verbrauchsgüter station dass ich kaliber 12 vogeltunst munition habe aber vorhin habe ich doch neun millimetern irgendwas gelesen ja ich hatte erst da lag ja noch monik neun millimetern die habe ich auch aufgehoben und so dass ich mich sozusagen verlesen habe ja und daneben war ja dieses zwölf gaug ja das kann natürlich dann sein ja immerhin haben wir jetzt schon mal zwei munitions dinge vogeltun soll eigentlich auch nicht sooo schlecht sein ne ich probiere mal kurz aus warte mal also der schaden ist ja überall gleich aber es geht ja eher um die streuung das war jetzt posten munition und das ist jetzt vogel ohja die streuung ist deutlich mehr der radius ist viel größer ok und wenn ich anvisiere anvisiere ist genauso groß ok ändert sich gar nichts also vogeltunnen ist der radius deutlich größer von dem abstand her ich benutze zurzeit posten munition ja die ist auch da ist die streuung nicht so krass ja alles klar die 1 mache ich mal weg ne wir machen jetzt gehen zum nächsten da waren wir auf jeden fall noch nicht so wie meins klingeling klingeling jetzt kommt der eiermann da waren wir schon jetzt die 1 bei mir auftaucht da habe ich gerade gesucht echt ja manchmal ist das auch so eine bestimmte reichweite ein gefühl das haben manche auch diese verfolgungsdinger die werden erst ab 1 km oder so angezeigt wenn du weiter weg bist wird das noch gar nicht angezeigt das ist nur damit nicht zu viel angezeigt wird was sind das denn hier das ist aber nicht auf der karte oder das rote hier oh wir sind was kaputt guck mal nein wir waren es aber nicht was ist das denn mittleres lautsprechermodul lockmittel aha nehme ich jetzt aber nicht mit wo ist ein großer sehr schön jetzt noch immer oder die wurde zerstört weil sie bei denen nicht mehr gekauft ja aber meint sie nicht dass sie vom material besser wäre wenn er denn die nicht einfach abkommandiert oder es kann sein dass die vielleicht sogar angegriffen wurde ne mit einem raketenschlag oder sowas vielleicht der 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 die der gucken wer weiß was da ist war jetzt nicht schlecht aber muss ich treffen als man kommt dahin zu dem haus nach dem wasser ja ja jetzt machen wir zuerst erst tausend wasser oder erst das war jetzt noch nicht ja 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 hier ist nix Gasmaske gerüben, haben wir das schon bei den Gasmasken getönt war das nicht glaube ich sogar so dass dann nochmal extra dunkler ist dann die Sicht weil die halt getötet ist war da nicht irgendwas kann sein ja aber ich benutze die die Sicht wird mir zu sehr versperrt dadurch Waffenküste Schrott extrem und ich muss mal umgucken, guck mal was es so schönes gibt da gibt es noch ein Rucksack Next. nix ok da kommen wir noch ein paar Sachen die wir abchecken können ok Hunter sind da hinten Hunter und wie heißen die Runner Hunter und Runner sind da gleich könnten wir gleich mal wieder ploppen gehen mal die aus dem Weg machen würde ich sagen unten ist ne Waffenkiste schrot bei mir waren zwei graue Sachen ne glaubst du Leute ja aber schon etwas Frichheit wo geht da und bei dem grauen Magnus fein streint ne grauen Schalli und ein grauer Schock juhu gut der hatte ich ja der hatte ich definitiv noch wenn das vor Mash der sie eben sogar auch dann dahin den laser der hat mich wirklich traurig ja dieses ablenkende pfift echt schon wat ne aber nur wenn man kein nicht angeschossen wird wo sind die der zweite hund ist er bei dir irgendwo der muss ja auch liegen ich sehe hier oben ihn ja das mittelgroße war nur der große hund nix drin auch hier ist noch ein hund hier oben ist noch ein hund hier habe ich gerade weggeknallt ach so die haben sich hier gegenseitig weggeballert oder wat ich habe manchmal das gefühl dass die dass die mit den roten dass die so verseucht sind korrumpiert sind oder sowas weißt du ja und dass die anderen auch zwar verseucht sind aber irgendwie also die roten kämpfen gegen die normalen aber trotzdem kämpfen alle gegen uns so oder so aber dass die untereinander sich nochmal bekriegen wie jetzt normale fraktion und die rote fraktion so netto ja die roten sind die bilden und die normalen die guten aber die greifen uns trotzdem an okay der hat mir gesagt wie es hier liegt irgendwo eine waffe aber ich habe keine gefunden hast du eh ne von mir gut gut dann haben wir das auch fertig ja dann geht es weiter da nach unten oder willst du da hinten zu diesem haus noch am wasser dann lass ich das fahrrad jetzt aber hier stehen ja hier können wir nochmal durchsuchen ich meine da gehe ich jedes haus am wasser du sagst ja ich dachte nicht hier ne du hörst mir nicht richtig zu aber ist ja auch am wasser da ist auch ein haus am wasser trotzdem hörst du mir nicht richtig zu hier gibt's ne kiste nein ein unterschlupf und ne akar wie ich sehe welche farbe blau nice blauer akar ich glaube ich tausch wieder welcher ist denn du eigentlich geschossen mit der m4 mp5 ja mp5 ja von mir heute kannst du meine auch haben weich nicht ok nehm ich gleich mit flintenschock ok ok also ich habe jetzt blau strom gewählt das kann ich da schön ran klatschen auf jeden fall panzer brechen nehm wir auch mit ok ok außerdem habe ich dann noch das 2-rot-punkt-visier schalte schalte für sturmgewehre kann ich das eigentlich da mit rauf klatschen nehm wir mal ausprobieren schalte na mal ausprobieren mach schalte Ich habe jetzt den Muni reingepackt. Da spinnt der. Der wird den Muni reingepackt hat eh. Okay, okay. Aber ich war jetzt nur eine Kiste, ne? Ja, ja. Hier ist nochmal eine Kiste drin, um einen Fahrrad zu bauen. Ah, wie eine schöne AK. Yeah, man. Vor allem blau, ey. Geil. Hast du noch nicht gehabt? Ne, grün hatte ich nur. Das war die höchste, grün. Zeig ich ne blaue. Aber lila... Ich bin auch nicht verkehrt. Wo ist hier die Kiste? Hier? Ja. Ja. Ein Druckluftbehälter. Hat sich noch nicht mal gelohnt, das überhaupt anzugucken. Das sieht aber auch nicht so aus, als wären hier irgendwelche Gegner. Sprach er und wurde gleich von einem Gegner angegriffen. Oh Mann ey. Vor allem, wie viel Damage? Fischi machen. Ein kleines Viecher. Ein zisch, oder? Ja, Mann. Voll übertrieben, ja. Ich bin doch nicht so aus. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin so ein. Eine Sache. Ich bin doch gariert. die kleinen oder was? die tics? hier rein ahnen nix weißt du was gehört immer springen mich an ja so ist das halt na gut aber hier ich höre auf jeden fall noch welche die hat sich immer angehört wie so ein predator ja die sind und dann komm hier rein nicht so rum kommt man da überhaupt rein? ist halt dicht oder? hier kommst du nicht rein du hast halt durchsucht hier? ja war was hier? äh so eine kiste ok ich hab hier einen rucksack mit pläner kiste und ein rezept 1,5 nice hast du auch bekommen ne? ja habe ich nicht gesehen weil noch die ganzen anderen sachen angezeigt wurden wieder was in der kiste war und im rucksack keine ahnung ja aber wenn es 5,5 vollmantel halbmantel wow das geht ich hab nur auf die zahl geachtet ok ok so haben wir die oh sehr schön hatten wir die stadt komplett durchsucht ja ne die hat nur die siedlung die siedlung hier hatten wir die komplett durch war durch ja aber wir müssen eh lang weil wir sie laufig meinst du ne? bitte? sie laufig ja aber äh wir wollen ja eh hier Richtung Hafenstadt ja aber erstmal da gucken ob wir da auch schon drin waren ja ich muss sagen klingt echt gut ab diese feuerwerks körperdingen und so macht es natürlich ein bisschen einfacher ja nein was passiert ich hab gesehen ich hab nur für tschp ui und er hat sich noch mal gewundert warum er gestorben wird da beim nächsten angriff so one hit zum laser ja die auch noch holen wir jetzt rein ey die laserdinge ey hallelujah sammelgegenstände missionen 100 ep wieso 100 ep 100 ep kriegen wir doch ja 100 ep kriegen wir doch nur wenn wir noch nicht hier waren aber na war wir ja auch nicht na war wir ja auch nicht na anscheinend war wir nicht los hier keine scheiße hm aber was haben wir hier sonst gemacht haben wir hier nicht noch hm 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 ist ja noch alles zu hier ja das ist sowieso zu sobald du hier äh dich ausloggst und wir einloggst das sowieso alles wieder zu auch alle autos und so danach kannst du gehen wir sind doch oben lang ja ja aber wartet nicht so dass das hat ja auch respawn wieder an können kann auch sein dass es schon mehr respawn ist ja aber dann kriegen wir keine 100 ep wir sind da hier oben lang bis gebäck dann sind wir hier runter haben die ganz links alle und dann sind wir hier so die untere seite komplett haben wir gar nicht wo wir jetzt sind meinst du ja oder an der schwelle zum tod haben wir nicht und da ist ja auch noch mal eine stadt kleines torf ouh Adrenalinspritze jetzt wenn sich irgendjemand so ein haus einrichten würde ey ich meine manche sachen sind ja ok aber einige sachen sind so unlogisch platziert so würde keiner wohnen ey also ich zumindest nicht spiegel gehen? ne auch irgendwelche stühle die die wand angucken zum beispiel das ist hier die raucherecke gewirrt aus hier ja ja die raucherecke ne aber hier waren wir schon oder? das haben wir doch hier schon gemacht kommt mir so bekannt vor komplette untere seite haben wir noch nicht gemacht sind doch oben lang wie gesagt und dann gehen wir hier runter war das da wo wir hier so auf den sack gekriegt haben? ne 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 das war auf der ersten insel die sharinggarten region war das so wo das war sud sud ne wir sind doch hier immer von den einen unterschlupf wieder runter gerannt den berg runter gerannt und so das war hier gewesen das war die stadt wo wir hier so auf den sack gekriegt haben wo denn alles wo wir dann auch hier wiss ich nicht hier 20 tanks und so gekillt haben oder 20 hunter oder so gekillt haben und dann waren wir doch wieder tot und dann äh war der ganze lud weg das war hier gewesen kann ich irritieren weil es sind immer die gleichen häuser hier ja es hat diese baukastensysteme und ich meine lippenstift ich hab lippenstift gefunden jetzt ist wieder kein einziger gegner war jetzt teilweise teilweise sehr langweilig brauche ja ab und zu mal ein bisschen action wenn es so ruhig ist jedenfalls im spiel wenn ich spiele dann hier sehr schnell lang ja wir müssen hier weiter ja nicht so lange hier herum weil wir waren ja eigentlich schon sind will ich ja weiter ja immer mit kommen sehr irritierend hier aber warum kriegen wir denn 100 dick spiel ja deswegen aber wir waren ja auf jeden fall schon so wie kommen wir jetzt am besten hoch ah die straße weiter dreck natürlich jetzt nicht gesehen wie klingt oder was denn die straße weiter hier oder was hier ist nicht mal am feldweg Wie soll denn hier eine Straße weitergehen? Könnte es sein, dass die Karte nicht stimmt? Also nach dem Weg sieht das hier nicht aus. Ne, deswegen ja, aber hier ist ein Weg eingezeichnet, deswegen. Ah, hier ist ein Weg, guck mal. Prima, ist einer da. Umgestopft hier. Ich hatte übrigens auch mal so ein Fahrrad gehabt. So, eine alte Clubbike. Gut, hier gibt es hier einen neuen Unterschlupf. Geil. Wie eine Kiste. Aber die Unterschlupfe sind gar nicht mal so schlecht. Wenn wir noch ein bisschen mehr zur Auswahl haben, dann später. Ne, wir müssen nur die Bosse dann zu so einem Unterschlupf bringen und dann können wir uns hier jedes Mal wieder respawnen. An so einem Unterschlupf. Cool, hat sich das ja auch schon gelohnt. Wollen die dann? Wo sind jetzt mein Fahrrad? Wenn die dann irgendwann mal aufhören? Weiß ich nicht, ob die irgendwann aufhören, aber ich gucke nicht. Wenn du immer wieder dich zeigst, guck, guck, hier bin ich und dann immer noch mal so ein... Da haben wir ein paar Mal rufballers, da ein paar Mal rufballers. Ich glaube schon, dass die dann mitkommen. Gegner hoch. Fertig. Zeichen. Na, du wolltest doch Gegner haben, oder? Ja. Na dann, hau rein, Alter. Da habe ich einen, oder? Ja, genau genau. Na, hau rein. Ich glaube schon, da war. Das hat mich Omega. Ja, genau. So, da jetzt kam in Ordnung, oder? Ich glaube schon, da. Das ist halt. Also ist da. Das ist dieta. Das ist denn, die aufhören. Das wollte ich nicht. Also da die, allein oder? Achso, die kleinen Fischer wieder. Kampf gewonnen! Oh, wenn ich nicht klinge... Oh, ist das eine Leiche? Hier ist ein Wort. Ist das ein Hund? An irgendeiner Stelle kann man so rüberspringen, also hochspringen, dann sieht man die. Ja, da sind Hunde. Der ist ernsthaft hier rüber gesprungen, ey. Über die Mauer. Der ist über die Mauer gesprungen. Nice! Action! Ja, wenn du richtig action willst, müssen wir ein paar Rivalen kehren. Am besten gleich so Level 4 oder Level 3. Dass man auch gleich ein bisschen Loot abstauben kann. Da müssen wir ja eh lang, ne? Ja, da müssen wir wahrscheinlich eh lang. Ich weiß nicht, was für ein Level ist denn der hier oben? Level 1 und der ist Level 4. Hier sind ein paar Gegner. Die auch kloppen sollen. Höhen! Das ist ja ein bisschen. Das ist ja ein bisschen. Von dem Moment. Da sind wir jetzt die Tatsache? Das ist ja ein bisschen was für einen. ... Das ist ja nicht so. Ich bin durch die Wand. Ja, ich war so. Durchlaufen, ey. Will ich? Ich bin durch die Wand gelaufen. Loll. Ich bin durch die Wand geportet. In der Finch heißt. Okay. Großer, mal gucken. Der teleportiert dich bestimmt wirklich. Ich hoffe nicht. Ja, wie er dahinter, neben mir steht. Wer steht jetzt neben dir? Okay, der ist tot. Aber der ist noch hier drinnen, ne? Ah, ist ein anderer oder was? Ja, war ein anderer. Da sind zwei Stück noch da drinnen. Kann ich hier überhaupt durchschießen? Ich denke nicht. Guckt ein bisschen raus bei mir. Ja, dann kannst du ihn anschießen, wenn er ein bisschen rausguckt. Ja, dann kannst du ihn. Ich bin jetzt hier. Gut, ich kann... Ich habe Gott geschieht, aber... Treff ich da auch nix. Feuerwerk! Ja, jetzt werden wir. Du hast dir hingefallen? Ja. Loll! Der hat sich gerade selber gekehlt, oder was? Der hat sich gerade selber gekehlt, ey. Der hat gerade mit seiner Waffe gegen die Wand geschossen und dadurch hat er selber Schaden bekommen. Ja, das kann ich ja nix, ne? Wenn die so sind, wie sie sind. Hast du eben auch schon damage gemacht, ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber er hat sich selber wahrscheinlich auch Schaden gemacht, das meine ich damit. Oh Gott. Ich schau. Der hat der hier. Weil... Das war dir von? Ja, ja. Oh, ne Waffe. What is it? What is it? Ein halbautomatische Schott hier, ja. Grau. Hier liegt noch was. Ein Scope. Das ist nur für ihn. Zermutet. Ein grünes Rot-Punkt-Zierobjekt. Steht hier oder? Die drei Städte? Ja, weiß. Wann mal, kann ich das nicht auch für die... ...Schrotze benutzen? Okay. Was geht da nicht, ha? Wie du da lag. Loll, Alter. 10 HP, danke. 9 HP. Alter, Schwede, ist ja alles hochgegangen, ey. Leute, wir wollen nur noch mal vier Stück. Sinne. Das war gerade laut, ey. Alter Verwalter. Hier ist ja ordentlich was explodiert, ey. Oh, die Scheid. Boah, die sind auf immer orange, hier. Naja, die kannst du nicht looten, ne. Alter, da ging ja alles hoch gerade, ey. Was wir überhaupt überlebt haben, ey. Guck mal, da hätten wir tot sein müssen. Hier ist eine Zeitschrift. Für Schuhe anscheinend. Schleichschuhe. Mensch, cool. Alter, dann können wir ja hier langsam so Schleichzeug bauen, wa? Schleichjacke, Schleichschuhe. Ja, muss ich nur drauf achten, äh, nur drauf achten. Ne, musst du bauen, nicht drauf achten, musst du richtig bauen. Ja, ich muss drauf achten, das zu bauen. Achso, das meinst du. Sonst interessiert mich ja die Klamotten nicht so. Ich hab hier nochmal 112 Schuss, aber 5,56 kannst du jetzt eigentlich selber bauen, wa? Eigentlich selber bauen. Ja, haben wir jetzt das Rezept dafür. Alter Schwerein. Oh! Zwei Waffen liegen hier, mal gucken. Welche Farbe? Geht ein bisschen anders aus, die Waffe kenne ich nicht. Hallo. Ah, stimmt, hier wäre vier. Beide blau. Beide blau. Blau hab ich aber schon. Ich freu mich. Bleibt hier. Jetzt will ich nur noch lila haben. Lila will ich haben, oder geh kacken. Ja, hat sich das schon gelohnt, hierher zu kommen, oder? Ich gebe was. Ja, aber die Explosion hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hab glaube ich halt richtig gewonnen. An direkten Klingel. Das ist ja zu sagen. Sprachlös. Alter, das ist schön, ey. Guck dir da hinab. I-Guck dir da hinab hier. Hahaha. Holy fuck, ey. Hier ist ja alles hochgegangen, ey. Aber wenigstens kannst du nie einschlafen dabei. Und der. Das wär hellwach, ey. So, nächstes markiert, ja. Aber interessant, ja, wie die sich da durchgeglitscht haben, ey, durch die Wände. Und der. Und der. Und der. Und der. Vielen Dank. Nix, ne? Kann man bestimmt auch noch rein? Na doch. Doch, da ja. Da kann man rein, zeig ich mal her, was du schon schönes drin hast. So, das ist gut, können wir gleich nochmal einen neuen holen. Okay, jetzt gehen wir an, das schlug. Okay. Cool. 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 Okay. Okay. Das war's gut. wieder ein unterschlupf schon oft war ja es aber halt auch nur mehr oder weniger zum schnellreisen um halt sachen abzulegen theoretisch bräuchte es wird ja eigentlich nicht wenn nun unendlich viel tragen könntest mein fahrrad spawst du nicht mit raus oder was wieso deins ich bin mit dem fahrrad ins wasser gefallen ach so dass man diese lenken schon wieder reingefallen da noch nicht jahren ist aber muss aber auch erst mal den berg da auch kommen ja bestimmt hier lang leck mir auf ist aber schon schneller ne also fahrrad fahren ja aber wie gesagt lenkt sich scheiße kommt nicht überall hoch naja muss nur wissen wie du hättest schräg hoch fahren müssen nicht direkt geradeaus hoch wenn man so schräg ich weiß aber bin ich das ne bist du nicht du bist geradeaus hochgefahren nicht schräg kann man gar nicht rein ne ne alles nur bungalows kommt man hier nicht rein haut die ist auch dicht alles ist Deko die Welt nicht so leer aussieht ja hier ist Deko gut gucken wir mal weiter es geht drüber ja und was wo ist ein großer hier wo ist ein großer hier das wird stammt mal ja naja Richtung Norden und wo man nur los wo soll sein hängst du fest oder was nur wieder mal ja kannst du dich nicht komplett hinlegen es geht nicht y meine ich ne ne oh hier liegt was warte Kaliber 12 Posten Munition Rezept dann bleibe ich mal hier bis du wieder kommst jetzt jetzt soll es aber los hier jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer gucken ich sage mal man muss überall hingehen ey überall musst du hingehen überall kann irgendwas sein ey ich habe gerade ich habe gerade einen XP gekriegt dafür dass ich nur in seine Richtung geschossen habe und danach aus dem Kampf geflogen bin habe ich einen XP gekriegt wenn ich das tausend mal mache kriege ich tausend XP dann mach es mal mach es mal sie geht hier lang ich frage mal kurz hier du darfst halt nicht gerade den Berg hoch sondern man muss schräg den Berg hoch ja ja ich bin ja frage mich nur wie ich für dich komme ob ich hier rumfahren muss hier ist Action ja der Gegner wo sind sogar zwei sehe ich gerade man jetzt schon wieder viel Geräusch warst du irgendwas aufgehoben oder im Moment du hast den Kampf geflogen gerade beide besiegt noch da hast du gerade eine Trennung gehabt oder Generation Zero has stopped it walking oh nice aber ich habe ich auch nicht mehr gehört ne also hat sich der ganze Rechner ganz kurz aufgehangen oder was ich habe nur gesehen dass den Charakter da rumgezappelt hat da habe ich mich schon gedacht hm 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 hab ich schon Zwangstrennung wieder nur sein Router startet sich wieder neu oder so wenn mein Rechner sich aufhängt dann geht der in schlimmer Modus Also Blue Screen meinst du? Nee. Der fährt dann kurz runter mit Bildschirm und dann fährt er wieder hoch. Also Blue Screen. Oh. Na klar. Nur dass er bei dir nicht angezeigt wird. Wenn du den Blue Screen ausmast, dann startet er immer neu, wenn ein Fehler passiert. Er sagt, du machst den Blue Screen an, dann kommt der Blue Screen und dann musst du selber neu starten. Aber er startet ja nicht neu. Na, muss er ja. Er startet dann wieder auf dem Bildschirm, damit ich wieder surfen kann und so alles. Er startet ja nicht komplett neu. Mal einladen und gucken, ob das funktioniert. Oder er geht kurz ins Standby-Modus, kann man auch sagen. Hm. Also du siehst nicht, wie er muss nochmal neu hochfährt oder so. Nee. Aber war ja weder noch funktioniert, wie das aussieht. Aber wie geht es noch mal zu dir fahren? Ja. Mein Fahrrad ist ja nicht mehr, ne? Äh, doch. Ja, dann laufe ich hin. Dauert mir schon zu lange. Ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Ja. 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 ist da eigentlich noch irgendjemand da draußen ist noch irgendjemand da was eigentlich mit dir ist vor einer stunde gesagt bist kurz afk der co2 stehen fünf minuten maximal zehn hat doch nicht eine stunde ja lieber der sucht das am truck siehst du dann wenigstens ein fahrrad oder so sehen nur ich das das gehört mir auch nicht jetzt bin ich hier extra hin gelaufen aber die darf ich hier wieder los die sind komplett neu oder was ja sie sind bei mir neujahr bin ich wieder los dachte immer so mal was hier war es auch noch nicht aber ist am fahrzeug der zettel laut schwind zeps laut bild desent karl zwölf na dann hast du dir nais 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 ich will laufen ja wer ist mal doch mit dem fahrrad hergekommen er ist sowieso schneller gegangen weil laufen hat echt lange gedauert gerade ja andersrum bis ich mit dem berg da hochkomme und ich wieder falsch fahre ja auf jeden fall sind dann entgegnung wurde schon entdeckt ne da oben ist auch noch irgendwas ja viele sachen werden auch gar nicht eingezeichnet ne weil das halt dann so selber gebaut wurde von den maschinen dann gibt es zum beispiel auf der karte gar keine einträge dafür aber wer schon weitergerannt ist 1,2,3,4,hundert 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 volle hütte hier alter volle hütte ja jetzt die vier noch irgendwas ok genau auch noch irgendwas, da waren wir unten, wa? Ach, der läuft hier Außen lang Großer Also mittler Großer Ein Hunter, meinst du was? Ein Hunter Das ist ein Hunter, ja Und Warum lädt du eigentlich nicht voll? Da lädt immer nur eine Kugel Wo ist denn nur was hier, Kürsdorf? Wo ist es? Da Na, kommt noch ein Hunter, oder war es das? Ich glaube, das war es Kampf gewonnen 745 XP Hier wird es geliebt Sponsor Okay 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 Ich glaube, das war es hier kann man nicht rein haus ist nicht nur ruckzack kässe die man suchen kann ist der tot die schaufel siehst du die copy paste normalerweise müsste ich im boden sein er war vielleicht auch bei der anderen scheune oder garage platziert nichts eine braune waffenkiste keine hellbraune eine braune hier ist eine blaue schroflinte drin und eine grüne schroflinte aber die haben wir schon weiß ich was bei dir drin ist bei mir hatten wir auch schon bessere sachen gehabt nehmt den kamin als wenn irgendwas verschoben wurde ja als wenn manche sachen nicht oder als wenn das haus verschoben wurde dass es dann besser passt aber nicht alle sachen mit verschoben wurden ne ja 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 braune waffenkiste ist auch nichts drin das ist ich habe eine waffe was ist ich glaube ich finde er nicht hier ne oder levels hier automatik gewährst hier und hier ist gast das hört sich dazu an wie du es nicht gast funktioniert das funktioniert es wird explodiert da liegt eine gasflasche als wenn irgendjemand hier Gas drin geschmissen hat überhaupt geschossen aber nichts passiert waffenkiste grün wo Kiste grün ist noch ein Klauke Magazin aber benutzt man eh nicht ne Kiko, was ist denn bei dir schon da drinnen ein 4 im Grau und so nennt sich ne grüne Waffenkiste also wirklich kannst du keiner ziehen ne blaue Waffenkiste geh mal hier rein gucken ob hier irgendwas ist man aber auch nicht auf ne die grüne Waffenkiste war jetzt ja nur wegen Militär wahrscheinlich und braun ist halt dann füllen wir als andere Rücken ne ja ist ich ne Waffenkiste drinnen? god nur grau hier ist auch noch ne Waffenkiste bei mir grau nice also bei mir im Haus ist auch noch ne also bei mir im Haus ist auch noch ne bitte hier aber zum Läden jenseits der Barrikade oh das wird genau bei mir im Haus ist auch noch ne Waffenkiste und ne Kassette zum anhören ich weiß nicht ob du die brauchst für ne Quest oder so na pump action rückwisch sagen wir drinnen in dem Haus lohnt sich das da rein zu gehen ins Gas ja da ist ne Waffenkiste Rucksäcke Kisten blauer Baseballschläger blauer Baseballschläger mhm blauer Baseballschläger klang klang hat die aber schon jetzt sind wir hier auch fertig hm das ist level 2 mal warten bis er mindestens level 3 ist da oben der level 4 den habe ich schon markiert müssen nur gucken wo wir da ein bisschen uns importen ja uns fehlen da oben die ganzen unterschlüpfe fehlen uns da so ein bisschen vielleicht haben wir sogar da ein oder zwei unterschlüpfe in der nähe aber weil wir da noch nicht waren haben wir die natürlich nicht also wir machen wir das am besten zum bunker oder was kommando bunker minke und von da aus dann rüber zum level 4 oder riese b617 level 4 meinst du den? ja den riese b617 level 4 müssten wir ja einen bunker minken müssten wir eigentlich schaffen ja wir werden einfach ein paar leuchtgranaten da hinschmeißen und so dann wird das schon funktionieren nehme ich mal an das war ein bisschen länger als sonst habe ich gerade mitgekriegt ja schwer wie schon wieder gegner meinst du die sind hier drinnen? hört sich zu an die sind jetzt gerade wieder ich nehme mal ein paar adrenalin spritzen mit sicher ist sicher wenn wir jetzt hier gegen den dicken kämpfen dann will ich da auf jeden Fall weit mitnehmen in den letzten drei hohen noch mehr hast du nicht gefunden? die mag ich naja ich hab ja die anderen ist ja mal wieder weggepackt ja ich mich da selbst ab wir müssen aber Richtung Ausgang ist ja schon ist ja schon ist ja schon ist aber nicht gut ist aber nicht gut egal da wird zwei geschafft aha jetzt können die auch die 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 hunter können auch sowas werden ja ich dachte nur tanks ja vier Raketen hat er gehabt mir war nicht drinnen und der zählt der ist level 2 ach dann wäre der level 4er ja haha jetzt so gerne ne ne der level 4er ist ein der ist markiert ne ich weiß nicht ob du den sehen kannst hier jetzt hast du ne bei mir ist er nicht markiert ah die musst du vom radar selber markieren aber ja nicht selber aber wir sind dann falsch wo ist denn hier der Notruf der Ausgang hier ist der Ausgang so du meinst hier am radar oben ja am radar oben ja ja ich hab auf die map hier guckt pass auf wir sind auf die Hasan und hm auf Das war's. Ich hab' noch was rumgeballert. Ich hab' noch was rumgeballert. das ist doch jetzt ab und kommt er hier runter und hier und da da kommt er wohl aus das ist richtig action da wo sind denn ist was mehr als eingesehen hier liegt eine hier liegt eine da drinnen liegen drei die was rasiert hier hier liegt noch ein bisschen weiter weg die waren es glaube ich, die waren alle hier liegt naja und das müssten eigentlich alle gewesen sein fünf stück oder so fünf oder sechs stück ja und da unten sind auch noch welche wenn du die haben willst nicht so weit weg für die war entweder das oder...ja, keine ahnung aber die kommen...die anderen kommen hoch wunderschönen siehst du das? siehst du das? die anderen kommen ja auch ran ja jetzt schieb ok der ist weg ok die spawnen die kleinen Viecher, die setten ich geh es weg als wenn die aus sind oder so ne? ja die sind deaktiviert aber gut kriegen wir ja trotzdem der läuft auf einer stelle hier und der andere auch die kann man anscheinend nicht töten ne? ne kann man nicht töten doch der ist doch tot der liegt doch da bei mir läuft er bei mir läuft er der hier links ja der der ist jetzt auch tot ne bei mir lebt er noch kann ihn aber nicht looten ich kann beide looten hab beide gelootet ohne scheiß wie gesagt bei mir sind sie beide tot ok bei mir laufen sie jetzt bin ich gar nicht da aber immer auf einer stelle ne? mhm so dann wollen wir mal richtung eins der wartet auf uns wo nicht fahren jetzt noch mal zurück laufen? ja ok ja vor uns sind auch noch wieder gegner ne? das sehe ich gerade ist das egal also laufen wir ja wir laufen ja wir laufen wir gehen noch gut los reicht das? was meinst du? gab noch Raketen mehr dabei wer geht der wenigstens? ne der rät ne der steht auch wieder wo es rum aber er ist mir recht also der gibt auf jeden fall xp und loot also mir steht egal also ich kann ihn nicht also bei mir triffst du ne? ich höre das ja auch dieses geräusch aber er ist ja gestorben ich habe ihn nicht mehr rauf gebollert also du hast ihn gerade umgebracht für mich lol der hat neunmal aluminium bei lol ja ist vielleicht ein bug gewesen dass sie K.I.O.s war oder so wow und der ist genau der Imposter meinst du? ich töten hänge? der reagiert der reagiert er reagiert meinst du zelt neben uns stehe? dann lauf doch mal was ist denn los hier? nachladen boah naja umgott ballert es hier noch rum alter alter ja ich glaube ich muss mich doch mal am unruhig gleich wenn der zähle weiter geht ok nicht auch mit dem fahrer dann aber aua steh an die verstecken da komm mal raus von der schießt hier mit Gas und Gas das boah die sieht man noch nicht mal jetzt werde ich ja nicht da ich bin aber auch nicht ach ja die nerven am meisten ja wenn es so weiter geht können wir gleich nochmal zurück ja auf jeden Fall ich muss ähm wir könnten da oben vielleicht mal gucken ob da vielleicht ein schlupf unter schlupf ist oder so ok ok schon wieder was ja da ist ein sammlerversuch und noch ein sammler kampf bei getreten gegen wen dann? Hier ist ne Höhle, Sven. Aber hier ist nix. Hier ist zwar ne Höhle, aber hier ist nix. Geh in ne Lehre, ey. Warte, ist das jetzt der Sammler, der so übelts abgeht hier, oder was? Ja. Ok, warte mal, ich tausch mal kurz die Waffe, ey. Ich sagte, ich tausch mal kurz die Waffe und er macht das nicht. Wo ist denn der Sammler? Ist er noch da? Er läuft da unten herum, ja. Ja, der da hat sich aber abgewindet. Ok. Das hier so ein drückter Ding ist. Also kein Unterschlupf von uns? Nee. Bisschen Loot. Bisschen Loot. Oh, Munitionspaket. Nice. Ich hab schon lange nicht mehr gekriegt. Wo sind sie? 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 Ja, ich hab's mal, oder? Gut, dann reitig nochmal schmur und finde ich auf. Und fahr ich aber auf dem Fahrrad da hin. ok ich will mal kurz da gucken ob da vielleicht ein Unterschlupf ist ja Muni auf jeden Fall nochmal mitnehmen wenn du hast Panzerbrech 7mm wenn du hast würde ich gerne mal so 500 Schuss oder so mitnehmen 862 ja ich war die jetzt so ne vollmonteurzel Panzerbrech Munition 1046 bringt die mit ok ja das hat für den Boss jetzt so ich glaube die brauchen wir ja 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 Hallo, bist du da hin? Ja, ich hab's gehört, oder? habe ich gehört ja. 400 meter krass kugelfeste hose habe ich gerade bekommen hier gibt es ein rezept wo ich bin kugelfeste hose da liegt aber eine kiste drüber musst du sozusagen durch die kiste greifen aber leider kein unterschlupf schade aber gibt es noch einen bauplan tank prototyp aufgehoben er sagt doch dass das keine außerirdischen sind weil du kannst nämlich hier die baupläne finden von den dingen sie jetzt selber welche bauen oder was weiß ich jetzt nicht aber auf jeden fall kannst du dir die baupläne angucken ah guck mal hier kannst du direkt schon gucken was du hast und was du nimmst ah kleidung oh wir haben sogar schon blaue kleidung gefunden sehe ich gerade dämpfungsschuhe schleichhemd ist blau das feuerfeste ist blau und die tarnschuhe sind auch blau zeit im kampf 99 tagen längste zeit im kampf 49 tagen was ach guck mal hier stehen sie sogar tickabschlüsse 113 seekerabschlüsse runnerabschlüsse harvesterabschlüsse ja handhab tank aha pläne ne wo waren mutter sind sammelgegenstände maschinenbaupläne ja hier kannst du dir angegeben genau den tank und dann kriegst du ja sogar noch eine erklärung von ein besonders großer zweibeiniger gegner der schwer gepanzert und bewaffnet ist zwar ist er meistens allein unterwegs und gelangt nicht in wälder oder andere nicht offene gelände trotzdem sollte man diesen eindrucksvollen gegner nur nach intensiver vorbereitung oder mit sehr schadensträchtigen waffen angreifen bla 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 steht ja noch hier bewaffnung maschinengewehr präzisionsgewehr projektile stampfattacke erschütterungsimpuls dankeschön hast du gefunden hier prozent wo ich noch nicht nur wo wir feste hose ja hier die die ganzen container habe ich zerstört mit einem einzigen schuss alle gleichzeitig kaputt gegangen wenn du schon schaden gekriegt ich bin natürlich weit genug rausgegangen vorher ich bin echt hier hingegangen und habe dann einen auch so gemacht von der entfernung ungefähr aber es lustig dass du so aus 400 meter noch gehört hast ich gehört hier so ein bumm habe ich gehört bum bum nur einmal bumm bei der bumm bei der bumm bei der bumm blieben bam mächtig bei der bumm mächtig mächtig bei der bumm machen wir eine mesh bumm ja ja erstmal zu eins ich will gucken ob da vielleicht ein unterschlupf ist wäre ja natürlich ideal wenn es direkt um die ecke ist dann wäre ich ja umsonst sein ist ja voll blöd ich hoffe dass da kein unterschlupf na dann gib mal da respawn hin es ist natürlich blöd wenn wir von da aus wieder hierher fahren müssten ja deswegen sollten wir ja auch ein paar adrenalinspritzen mitnehmen welche bei ja sieben stück ja ich glaube auch gut sechs bis dahinten hin können wir irgendwie gehen ey soweit das auch gereicht so selbsthaften ne sind auf sechs habe ich neun stück werden wir auf jeden fall mal ausprobieren ne vielleicht spawnt er ja selber wieder so gegner weil die ganz großen tanks die können ja auch hier sich selber runner und sowas spawnen diese hunde und so die haben sie hinten in ihren kasten drin ne die kackt er denn schön aus ja und die hunter ja gerade haben ja die kleinen ticks da gespawnt ne äh weich gesehen äh weich gesehen meinetwegen auch ne goldene mp5 oder sowas aber die war eigentlich gar nicht so schlecht muss ich sagen die hat echt spaß gemacht für den damage habe ich dann die schrobflinte benutzt und für die mp5 habe ich dann für die normalen gegner und so ich sehe eine kiste irgendwo unten unter schlupf siehst du es auch ne ich sehe hier nicht ja aufpassen 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 kann ich hier so runter jaa also hier gibt es auf jeden fall einen unterschlupf voll geil ist ja völlig umsonst her gelaufen na toll unterschlupf freigeschaltet jaa aber es hat nur ne kiste ne nichts anderes so panzerbrechende muni sehr schön gleich mal wegs ne ich werde erstmal mit nem raketenwerfer aufballern mal gucken wieviel er aushält und dann und dann mal gucken was wir sonst noch machen ok are you ready? I'm ready ok die granaten habe ich schon dabei mhm mach mal die gleichstände da rauf will ich ne fackel werfen jaa aber schön weg von uns ne hier hat man uns entdeckt wurde durchgeballert wurde durchgeballert ich muss noch ein stücke heran du schießt nicht drauf nicht weiter wieder najaa treffe mich selber guck mich heilen ist was ich nicht mehr er nicht mehr nicht mehr Ja genau, schön gegen den Busch geworfen. Alter. Hopp me. Gut? Nein, nein. Gut. Das ist ein Polatero. das ist ja nur von mir, da gibt es doch noch einen anderen hinter mir so ist nicht gut bueno, jetzt schütte hier und tot ja das hat nicht gereicht alter wir halten die dann aus doch nicht schon mal eine patrone alter gibt es doch nicht ich habe mir viel lecher die mahaben ich habe mich nicht mehr so gut ich habe mich nicht mehr so gut ich habe mich nicht mehr so gut Ok, krass. 30 Granaten, 30 Raketen drin gefeuert oder so, ey. Wer kann doch nicht geschossen? Entschuldigung. Lass ich mich auch an. Nicht heilen. Oh, der ist gut Damage gekommen jetzt. Ich will die aushalten, ey. Ich will die aushalten, ey. Ey, jeder normale Roboter wäre schon längst tot, ey. Ist doch voll übertrieben von den HP, ey. Ist doch voll übertrieben, ey. Und der ist erst Level des Stier, ey. Voll übertrieben, ey. Was die HP haben. So, und was ist drinne? Nur Schrott? Ja. Ein Windgegngerät? Und soweit nennt sich Level 4, ey. Schauk blau kann ich hier gehen, wenn du brauchst. Was find ich? Schauk blau. Äh, ich hab glaube ich schon blau. Wo sind denn hier die anderen Gegner gestorben, weißt du das noch ungefähr? Äh, warte mal. Der muss... Der muss... Diesen Blick gespawlt sich. Ah, okay. Dann bin ich also doch nicht blind. Der hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Der hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Nein. Das, was du da reingehämmert hast, hast du ja nicht mal rausgekriegt. Und das für ein Level 4 war. Holy shit. Das hat sich nur gelohnt. Noll. 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 viele granaten hast du jetzt auf ihn geballert 30 oder so was oder 40 knapp das war echt nicht wenig was ich herausgehauen habe also das war wirklich wenig das war viel zu teuer für das was man wieder bekommen hat ich muss nichts muss man sich fragen ob man den den macht aber mit dem unter gedanken da könnte schrott sein ja ich schätze mal das ist halt so wie bei ww mit dem boss 10 prozent rob da etwas geil ist und 90 prozent ob da halt nur schrott das wird hier wahrscheinlich nicht anders sein die werden ja auch nicht zu 100 prozent irgendwelche krassen super dinger droppen wäre dann auch zu einfach glaube ich dass wir mal kurz was gucken gleich weiter 15 minuten können wir ja auch schnell was machen wir das haben wir noch nicht gesammelt die 5,5 mm die haben wir eingesammelt die 12g bugshot die haben wir auch ne also die 12g die birdshot die haben wir als allererstes geholt das war ja aus dem alten also gibt es noch zwei rezepte die wir noch holen können das war recht viel welche wie es denn nicht ne doch neun millimeter full metal jacket und punkt 243 soft point keine ahnung was das war auf jeden fall keine 7,6 oder so auf jeden fall keine 7,6 oder so ja wenn ihr willst können wir da auch direkt hinlaufen ne und die sachen einfach einsammeln und dann haben wir sie genau das können wir da oben machen ne weil im endeffekt ist es ja eh bloß so dass wir dann nur bestimmte munitionsarten herstellen du wirst wahrscheinlich wahrscheinlich nur 5,5 herstellen wenn überhaupt ne ja es sei denn ich finde jetzt eine legendäre AK-47 benutze ich natürlich die ach so ja aber so rezepte würde ich sowieso irgendwann holen egal ob du ob du sie haben willst oder nicht ne ich würde trotzdem alle holen wollen ja also können wir sie dann eh einsammeln wenn du willst ich hab mal einen Wegpunkt gesetzt ich hab mal ein aber ich bin ich hab mal eine der ist hingefallen ja da war nix im weg niemand stein und er fällt einfach die fahrer kannst du echt vergessen gegen gegner oder eins sammler zu sehen ja ist ein sammler gegner hunter hat man zuerst erst in hunter jetzt den sammler auch gleich mit wir können ja auch den sammler hier mit diesen selbstklebenden anmachen und dann wird er vielleicht angegriffen wenn sie mal sehen würden der stunde ist der stunde ist weg oder tot holy scheit zwei hunter sind auf dem weg jetzt mal hier oh ja hier wieder einmal oder 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 Okay. Geh mit den Scheiß Gifte. Ne, das legt mich so auf. Ey, ne. Alles. Okay, die Handwerksung glaube ich alle weg. Ist der Sammler auch weg? Ne, der lebt mich. Alter, was? Was? Leute, wie der einfach hier... ...mal einen Hunter gespawnt hat. Ich bin eine Kapsel vom Himmel gefallen. Ja. Ja. Nachladen. Komm. Lad nach jetzt. Hör auf mit dieser einen Munition. Komm. Lad mit dir nach. Ja. 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 Ist schon mal weg. Alter. Ja komm, lauf. Hör auf. Nette Munition läge, ne? Habe ich nichts mehr. Okay. Schmeißen mal da sowas hin. Trotzdem schmeißen wir da sowas hin. Hm. Wir müssen erst den Sammler da wegkriegen. schon wieder neu geholt. Schon wieder neu geholt. Tatsache. Alter, das dauert so ewig lange, bis denn man die Waffen wechselt. uzuwech? Wutund i freshe. Was. ок. Die alle den talking? Meine Fresseh. Die fäcker. Okay. Ich habe einen Kappchen. Ja, da weiß ich noch, kommt schon. Ist er down? Er ist down, ja. Und nur noch diese Hunter? Nur noch? Nein, der Flieger geht gerade. Geh weg. 2500 xp, alter Schwede. Oh, stressig. Hast du jetzt noch Stress gehabt, Sven? Oder willst du noch mehr? Nee, ganz zu lange dauert es auch. Allerdings mal ein schönes Bye. Ja. 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 Die hat er dabei. Das ist ein Datenzentrum, ja. Mhm. Alter, hier blockt echt alles. Irgendwelche Kacksträucher. Block. Dagegen habe ich eine Granate geworfen. Oh mein Gott. Nein. Ich hab mich fast selber getötet. Ich glaub ich hab alles gelootet gekriegt. Äh, jetzt noch schnell gucken was bei der eins ist. Ja. Oh, langsam Kopfschmerzen muss ich sagen. Ganz noch Zeit. Ja. Ja, weil jetzt halt so anstrengend ist teilweise dann. Willkommen zurück Männchen. Sie sind doch völlig krank. Willkommen zurück. Ich hoffe dir geht's besser jetzt als mir. Sven, guck richtig. Soll ich denn gucken? Na ja, richtig gucken. Guck richtig. War doch noch gar nicht fertig. Ja klar, du hast doch schon da unten hingeguckt. Richtung Welsken. Nein, ich wollte dir sagen, dass da ein Unterschlupf ist. Gut, da können wir ja gleich hingehen. Na, dann wäre ich hier hingegangen. So was haben wir denn geschautes? Dann zeig ich mich hier, guck weil ich den Fisch habe ich nicht. 9mm voll mannte Munition angekriegt. Das Rezept. Geht so, wollte wenigstens gute Nacht sagen und so. Oh, so lieb von dir. Dankeschön Männchen. Aber ich krieg jetzt selber langsam Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich danach jetzt noch eine halbe Stunde oder so just chatting mache. Ich weiß ja nicht, wer noch alles da ist und wer irgendwie noch Bock drauf hat zu quatschen. Aber wenn keiner Bock hat, dann werde ich den Hochfeuer machen. Ja, also wir haben gerade gegen den Level 4 Typen gekämpft und wir haben nur Schrott bekommen. Nur auf die Fresse. Teilmante oder Hohlspitz werde ich in Zukunft liegen lassen. Naja, sagen wir mal so. Die Hohlspitz-Munition ist halt super gegen nicht gepanzerte Sachen. Also alles, wo der Panzer schon weggeschossen hast oder wo halt kein Panzer mehr dran ist, da ist die Munition halt wieder gut. Aber ja, du kannst die halt kaputt machen. Du kannst die halt verwerten die Muni und dann kannst du aus dieser verwerteten Muni denn halt wieder neue machen, die du... für dich... lol. Okay. Warte, warte für dich denn haben willst. Okay, also 10 Schuss ungefähr und dann... dann weg, ja, oder was? ... 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 immer aber nicht verkehrt ja aber es funktioniert irgendwie das habe ich das gefühl also schon besser der war gut der hat mich nicht angegriffen er wollte mich gehen und immer freunde gewesen gibt es hier überhaupt gute gegner also gute münchen weiß das bestimmt ob sie schon mal irgendwelche guten maschinen über den weg gelaufen ist mag ich zu bezweifeln okay gibt es angeblich sobald die panzerung weg ist hält man weiter drauf und gut wechseln doch nicht extra die muni ne ich weiß nicht wenn die muni dann trotzdem ich sage mal die vollmann demunition sage ich jetzt einfach mal macht 20 schaden pro treffer und die holspitz würde dann zum beispiel aber 50 schaden machen ich glaube dann würdest du dir auch überlegen die holspitz dann um zu wechseln ich weiß natürlich nicht das ist jetzt nur weiß ich wie viel schaden die macht kann auch sein dass sie nur fünf schaden mehr macht wer weiß das schon also ich nicht weiß ja nicht was die hier programmiert haben die leute leute lassen auch kann man irgendwas auf zwei sachen kann man hier aufheben oder zwei sachen da ich habe es gerade ganz kurz gehabt der kiste ist hier der muni kiste hier siehst du sogar ein bisschen wie sie rausguckt hier aus der kiste siehst du ja wenn du dich dahin stellst wo ich gerade war dort ist eigentlich ankommen nein kannst sie nur gut machen das war ein zweites waren zwei hände ja jetzt weg da war nur eins im technikdreh kann man die hacken und am ende die anderen angreifen lassen ja das habe ich schon gesehen mit dem hacken aber das hacken ist aber auch nur für 20 sekunden wenn es für eine minute wäre oder so ist es deutlich besser ich weiß nicht wie lange das hacken dauert sagen wir brauchst für das hacken fünf sekunden dann hast du den gerade mal 20 sekunden gehackt dann sollten sie es doch darauf beschränken dass sie dann sagen ja okay dann kannst du den halt nur kannst du halt nur einhacken und den hast du dann aber für zwei minuten oder so ja ich denke ja eher nicht also ich denke mich daran so von wegen dass ich die dann schrott ist und ich denke dann eher daran dass ich die dann weg kloppe also zusammen mit der mit der einheit die ich gerade übernommen habe standard erste hilfe set muss ich mal langsam ein paar ausgeben habe ich das gefühl wenig ressourcen habe ich die tarnjacke nicht aber die habe ich auch warum du doch doch die ist ja bei mir rot zu wenig ressourcen ressourcen habe ich aber tarnjacke wir haben die auf jeden fall aufgehoben aber bei mir steht gar keine tarnjacke hier ach hier unten aber grau tarnjacke blau und tarnjacke grau habe ich hier blau kann ich nicht erstellen wie gut holte trip sepp wieso hast du ne tarnjacke warum hab ich denn keine ich hab nur hier jeansjacke, militärjacke, motorradjacke windjacke windjacke collegejacke, fliegerjacke, hiphopjacke, zeitreiseweste ich habe alles aber keine ah hier ist tarnjacke ne trainingsjacke steht hier aber keine tarnjacke wo hast denn du ne tarnjacke aufgehoben ach hier pläne anzeigen ach so ja da hab ich auch jetzt geguckt ach so musst du ja sagen drücken hoch pläne anzeigen tarnjacke ja aber vielleicht kannst du ja auch mehrere gleichzeitig hacken dass es deswegen nur 20 sekunden hält oder so Sven meine kiste ist voll die ist super voll die quillt aus allen nähten ey ich glaube ich muss mal ein paar bisschen munitionsschrotten habe ich das Gefühl ich geb ich geb dir mal ein bisschen 5mm ok kann dir gerne 2.763 geben ja die kannst du auch gerne kaputt machen aber ich hab selber noch 5.700 ich wette hier ja nicht los das problem ist ich wette hier nicht los kann ich nur laufen natürlich nehm ich fuck natürlich kann ich nicht laufen natürlich kann ich nicht laufen Recycling Bench hmmm oh der kann weg die scheiße kann weg schon gut zum abhauen aber also wenn es so weiter geht brauche ich auch irgendwie nichts mehr aufgeben ey ich schmeiße hier mal die Muni noch hier hin Panzer brechende Muni und normale Vollmantel Muni gerade wieder ne Hand gesehen ist irgendwas hier noch auf der Kiste ja ok irgendwas ist da noch sagt er ach hier ach hier ach hier sagt er ach hier sagt er das ist hier vorne hin siehst ich guck gleich wo ist denn meine Panzer brechen ne eigentlich ich hab hier schön mitgenommen hm die scheiße wird weggeschmissen freu ich nicht ich hab mal zu wenig Loot hier oh was soll es hier sein wenig Loot oder zu viel zu wenig Platz für den Loot ok also die Hand sehe ich ja ja diese Hand sehe ich aber benutzen kann man nicht oder oder um Randung fehlt ja dass man wenigstens sehen könnte was das ist überhaupt könnte ein Rucksack sein soweit vielleicht grün Rezept für 7,72 ne das liegt woanders liegt irgendwo rechts oben in einer Karte das 7,6 mm liegt irgendwo in Ackerlandregion ich weiß nicht genau wo hab ich nicht geguckt ich weiß nur was es da auch und gut ja gewichtsart 36,8 hier fehlt Muni warum fehlt hier Muni deswegen fehlt Muni ja bin so weit fertig ich glaub mich schon raus ja ich werd auch noch ein paar Sachen hier hinschmeißen ich werd mal gucken ob man ob es im Internet vielleicht irgendwas gibt womit man das vergrößern kann das Lager oder so also würde ja schon reichen dass wenn als jetzt 200 da 20.000 stehen würde würde ja schon reichen so dass man selber vielleicht nicht so viel mitnehmen kann aber ja was machst du dann dann stehst du wieder da ja dann halt 2 Millionen warum nicht gleich unendlich na wenn es geht warum nicht wenn es geht warum denn nicht warst du oben gucken hier in der Kirche eigentlich dann was rum nicht ja es wird morgen da immer noch weil ich da nicht aufgehoben ist ab was du denn oben äh gerade ja na ich weiß auf jeden Fall schon mal was für eine Waffe oben liegt gut gut und es ist auf jeden Fall was zum zerschrotten oh schrot ne schon ein Mauser Jagdgewehr aber nur blau wie sich jetzt schon anhört weißt du wir haben uns noch gefreut über blaue Sachen ey und jetzt mh es läuft so gut alles klar die Hand ist da aber man kommt da nicht zum Looten ran konnte immer gleich bloß Station benutzen konnte immer gleich bloß Station benutzen ne also egal was da liegt man kommt da nicht ran keine Chance bestimmt eh nur ein Monitor ne ja oder ein Rezept 7,7 weit was denn dann wenn du vergisst das ist das ist eben wie ja eben